Nur durch persönliche Zeugnisse, denke ich, weil wir leben so in einem technischen Zeitalter und die Leute haben wirklich diese persönlichen Begegnungen entweder mit anderen Gläubigen untereinander oder mit den Heiligen. Und ich denke, das ist für uns eine Aufforderung, wirklich unsere gewohnten Katholiken, diese Idee beizubringen, dass sie alle Missionare, alle ausgeschickt sind, um Christus an die Welt zu geben. Und ich denke, dass die Leute für diese persönlichen Zeugnisse mehr offen sind, als wir wissen und verstehen.